Ich will ihn nicht einfach so hier draußen hinstellen. Dekoration. Darum denn nachher... Warte mal. Kann ich denn jetzt hier Wandteile anbauen oder sowas? Ist doch genauso groß wie die anderen. Warum sollte ich denn jetzt hier ein Fundament... Verstehe ich jetzt nicht. Oder ist das größer? Ähm. Hm. Farben? Oh nö. Wie Farben? Wie Farben? Mach mir pink. Geht nicht, ne? Doch, geht. What? No way. Ach du Scheiße. Okay, aber ich habe immer noch keinen Tresor gesetzt. Dabei würde ich aber gerne einsetzen. Und weiß nicht wie und wo und warum. Und ich möchte ihn ja gerne drinnen setzen. Und draußen ist zu wenig und ihr wisst schon. Mann! Aber die hat doch automatisch ein Fundament. Warum soll ich ein Fundament setzen, wenn das Ding ein Fundament hat? Wenn, dann würde ich halt ein Fundament auch gerne dort anbauen. Ich würde es halt gerne irgendwie anklippen. Das will ich damit sagen. Wenn ich jetzt hier eine Tür setze, ne? Oh, wir können sogar Licht bauen. Oh Gott. Was kann man eigentlich nicht bauen? Was ist denn das hier eigentlich? Dauerhaft Navigationspunkt und Beitritt, Besuche an bestimmten Orten zu erleichtern. Ich setze das Ding hier mal hin. Okay. Jetzt habe ich natürlich meinen... Oh Gott. Ja. Geh mal auf. Und jetzt, wenn ich jetzt hier das Ding anklippen könnte... Wo war denn das? Struktur? Das dachte ich mir. Oh, nicht wieder raus. Das ist eigentlich löschen. Ja. Das ist blöd, dass ich die Tresore nicht in diese Räume stellen kann. Wahrscheinlich... Könnte ich's, wenn... Das ist lustig. Das ist nur Deko, ne? Das ist lustig. Das ist lustig. Geräumiger zusätzlicher Lagerplatz. Ah. Das ist lustig. Das ist lustig. Das ist lustig. Ich werde damit wahrscheinlich total unzufrieden sein. Ich glaube, ich habe sowieso nicht mehr genug galvanisches Zeug da. Ich möchte ihn jetzt erstmal hier drunter verstecken. Doch, das kann man ja fast so gehen lassen, das ist ja Hammer. Lagerbehälter. Ernsthaft? Okay. Also kurz gesagt, man kann hier tausend Einheiten von einer Art einlagern. Das ist natürlich schon hilfreich. Wie sieht es damit aus, die kann man nicht stacken? Doch, man kann sie stacken. Schon wieder. Kein Titan mehr, ne? Doch, ich habe... Langsam wird es echt kritisch. Okay, man kann nicht stacken, wisst ihr was? War doch hier irgendwo, ne? Doch hier vorne beim Rebirth da. Zehntausenden von Eier gesehen. Ach du Scheiße. Ähm, ich mache das mit Absicht so. Da kann ich nämlich gleich alle Perlen auf einmal sammeln und muss nicht alle... Wobei... Wir haben ein leeres Inventar. Wir können auch die ganzen Scheiß-Sammending, die euch da jetzt fallen lassen. Was ist er denn? Da. Ach der ist schon wieder da hinten irgendwo. Passiert nichts, ne? Bei der hängt irgendwo in der Base fest oder hinter der Base. Mal kurz gucken. Das ist ja der Ende Base, ne? Ja. Fantastisch. Blume! Ich habe eine riesengroße Blume hier. Jetzt sind die alle wieder zu? Willst du mich jetzt verkohlen? Cool. Ich kann die also immer wieder aufmachen. Finde ich gut. Ähm, ich kriege nur die Perlen nicht. Peace. Wow. 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 Ist das was? Guck mal, die Wächter lassen Titanen fallen. Ist natürlich auch nicht verkehrt. Matrinomodule. Wird er da hinten? Oh, die Frage, wo ist ein anderer Container hingefallen? Achso, Isotop. Ich wollte gerade sagen, was habe ich jetzt schon wieder gefunden? Ich habe hier schon Panik, wenn ich irgendwo dran vorbei renne. Oh, die haben wir. Oh mein Gott, ist das nice. Oh mein Gott, ist das nice. Gut. Das finde ich toll. Ich glaube, ich kann dagegen sogar noch einen zweiten setzen. Einen zweiten Tresor. Das heißt, wir können die Gravitinos auch noch alle einlagern. Schön. Das heißt, ich muss immer nur zur Base, wenn ich irgendein Klimpel, äh Klimbimbo. Okay. X. 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 Hallo? Wenn ich den anderen wahrscheinlich daneben setze. Das ist natürlich hilfreich, sehr hilfreich. Schön. Schön. Wie teuer war einer zwei von diesen komischen Dingens, ne? Von diesen... Ähm. Von den hier. Ich guck mal, ob ich direkt einen daneben setzen kann, damit automatisch das Ding vergrößern. Ja? Das wäre natürlich a dream. Tatsache. Ähm. E? Was heißt, das fällt nachher gar nicht auf. Wenn man hier rundherum nachher was baut. Nice. Schön. Richtig, richtig geil gemacht. Muss ich jetzt ernsthaft mal sagen. Das ist mein Schiff. Ähm. Da hinten irgendwo. Jetzt würde mich nur mal interessieren, inwieweit andere Spieler, die da zufällig mal vorbeikommen, einfach rangehen können. Das wäre noch interessant zu wissen. So, das heißt, dann gibt mir mal das hier. Das. 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 Eridium können wir drinnen lassen. Insgesamt 30.000 Units. Bei einer Einheit! Und der Stärke werden sie vor allem beim Bauen von Frachtern eingesetzt. Das ist ja richtig wertvoller Scheiß. Zum Hink, wer ist das? Dann ist die der so komisch aus Ankunft. So, das bin ich. Oh Gott, verwirrend. Da hole ich wahrscheinlich gleich das ganze Plutonium wieder raus. Dann werden wir hier nämlich den Mist einlagern. Die ganzen Lilan. Warten aufs. Oh, der Platz. Ich hab Platz. Ich glaub das ja nicht. Ich werd nicht mehr. The Dream. 1000 Einheiten. Na gut, dann reichen natürlich auch 5 Plätze. Ist der nicht tagsüber warm? Irgendwie. Ich glaube ja, ne? Nacht extreme Kälte und tagsüber... Ah ja, du wolltest ja Gag-Amulette. Stimmt. Kann ich nicht mehr dienen, junger Mann. Kann ich nicht mehr dienen. Und er wollte... Was wollte er? Ich weiß es gar nicht mehr. Kadenzium. Okay, dann machen wir folgendes. Wir müssen... Oh Gott. Wir müssen ja sowieso unsere Lager auf... Ich sollte mal hier irgendwo eine Tür einbauen. Unsere Lager auffüllen. Das heißt, ich werde jetzt mit meinem Schiff mal zum... Ja. Zum nächsten Planeten fliegen. Nicht der Nachbarplanet, der große. Auch wenn da vielleicht einige Rohstoffe drauf sind. Aber ich werde tatsächlich schon mal den nächsten ansteuern. Weil das hier wird, wie gesagt, mein Heimatplanet. Der erste in der Form, den es gibt. Und jetzt gehen wir dann tatsächlich mal gucken, ob unsere umliegenden Planeten auch noch was zu bieten haben. Wenn... Oh Gott. Jeje... Ja, jexie... Jexie... Ach, scheiß drauf. Oh Gott. Verdammte Schiete. Kriegst du langsam Hunger? Also ich werde noch mal gucken, was da so drauf ist. Dann denke ich mal, werde ich auch Pause machen. Das sind jetzt wieder vier Stunden gewesen. Roundabout. Ich weiß es nicht genau. Das Ganze werde ich dann noch Schnümmel fertig machen. Damit das heute Nacht durchläuft. Morgen dann hochgeladen wird. Dass wir nicht wiederkommen, die gleich freigeben kann. Und dann kann ich mich morgen nach dem Stream, vor dem Stream, ich muss mal gucken, um Assassin's Creed kommen. Wobei, da hatte ich ja ein bisschen Pause angekündigt. Muss ich mal schauen, wie ich das handhabe. Ah. Okay, das sieht krass aus, diese Krater. Wir sind Platz. Uah. Mir wird schlecht. Oh Gott. Gaswolken. Geringe Alarmstube ergebe ich normal. Jetzt haben wir hier einen Säureplaneten. Das heißt, wir müssen ja rein theoretisch alles, was irgendwie relevant sein könnte... Ach nee, das ist sogar atomar, ne? Aua. Ne, ist auch Andrium. Eisenoxid? Äh, ich... Wir laufen mal. Normal. Also hier gibt es auch Tiere, in die Richtung, wo wir sowieso laufen wollen. Okay. Ich meine, wir müssen uns ja früher oder später sowieso mal drum kümmern, größere Schiffe zu kriegen. Ich meine, unser... ...kleiner, süßer Frachter ist ein toller Flitzer. Und, äh... Das verstehe ich nicht. Aus welchem Grund bekomme ich manchmal Schaden? Erinnert mich, ich muss Thamir mitnehmen. Was ist da gerade? Ähm. Ja, sie. Überall. Der Chihuahua von morgen. Kann mir jemand sagen, warum ich Schaden bekomme? Oh, Plutonium. Was ist das für ein lilanes Zeug? Alles Eisen, ja? Das Zeug nehme ich einfach mal mit. Ist egal. Warum komme ich denn jetzt hier wieder lebend raus? Das heißt, unbedingt auf den Boden gucken. Oh, die Pilze sehen doch sehr... Ja. Alles irgendwie... Achso, das ist ein Baby. Vegetation. Okay, dich haben wir schon. Okay, das sind wieder sehr, sehr große Weiden-Kreaturen-Ansammlung. Oder wartet mal, ich gehe mal ganz kurz hier spaßeshalber gucken. Das kann ich nicht erweitern, ne? Nö. Ähm, ich muss... Ah, fällt mir gerade ein. Zink und... Martin ist erstmal irrelevant. Da ist Zink. Oh, da ist schon wieder irgendwas lilanes. Muss gucken. Wenn schon wieder irgendwas Neues ist, dann müssen wir halt recherchieren. What is it? Nichts. Das ist Schlag.